Herzlich Willkommen im Freilichtmuseum Roscheiderhof. Es gibt viele schöne blühende Obstbäume. Ich habe drei Versuche gebraucht, die zu filmen. Im ersten Versuch waren die Kirschen aufgeblüht und sonst nichts. Im zweiten Versuch war es auch nicht so viel besser. Jetzt heute waren die Apfelbäume ein bisschen da. Ja, sieht ganz schön aus. Wäre schön, wenn die alle gleichzeitig blühen, aber Kirschen sind immer etwas vor den Apfelbäumen dran. Da kann man halt leider nichts machen. Ich bin der Apfelbäume. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020